Willkommen zu einer neuen Folge und in dieser Folge reden wir über ein Phänomen, was ich häufig auf Instagram per Nachricht sehe oder beobachte. Ich kriege sehr viele Nachrichten von Personen, die mir dann auch vielleicht später im Erstgespräch schildern, Hey Jan, ich sehe das bei meiner Freundin, bei meiner Bekannten, bei meinem Familienmitglied, bei meinem Partner. Der kann essen, was er will, aber er kriegt es trotzdem hin, alles in Maßen zu essen. Und er übertreibt nicht und er hat einfach ein ausgeglichenes Essverhalten. Und ich versuche das einfach ihm gleich zu machen, ihm nachzumachen, aber bei mir klappt es nicht. Ich brauche erst nur Ansehen und dann nehme ich zu. Und da ist der erste große Fehler und das möchte ich dir ans Herz legen. Vergleich dich mit keiner anderen Person, die nie die Probleme hatte, die du hast. Du schaust ja auch nicht auf eine Person, die nie Schlafprobleme hatte, wenn du selber Schlafprobleme hast und sagst, okay, kann diese Person mir vielleicht helfen oder ja helfen, dieses Problem zu lösen? Oder wie macht diese Person das, dass sie keine Schlafprobleme hat? Weil diese Person musste ja dieses Problem nie lösen. Also wie soll dir diese Person je helfen können? Und wie kann dir das Verhalten oder das Nachahmen des Verhaltens dieser Person dir dabei helfen, dein eigenes Problem zu lösen? Gar nicht. Und das machen oder das versuchen aber leider sehr viele Personen vergebens, dass sie dieses Verhalten von anderen Personen imitieren, aber es ja komplett sinnlos ist, weil dieses Verhalten imitieren wird dich nie ans Ziel bringen. Was du aber viel eher tun solltest, ist zu einer Person zu gehen, die schon mal Schlafprobleme hatte und vielleicht in der gleichen Art und Weise wie du und die eben dieses Problem gelöst hat. Dort kannst du durchaus Dinge abschauen und schauen, okay, wie macht das die Person? Was kann ich davon für mich anwenden? Und auch hier ist wichtig, es klappt fast nie eins zu eins einfach die Dinge zu tun, die eine andere Person tut, sondern es ist immer ein Stückchen Individualität drin. Das heißt, wenn wir das jetzt mal wieder in Bezug auf die Ernährung nehmen, okay, vielleicht macht diese eine Person fünfmal die Woche Krafttraining und geht ins Studio. Das heißt jetzt aber nicht, dass du zwangsläufig auch fünfmal ins Krafttraining gehen musst, um erfolgreich abzunehmen. Aber vielleicht macht diese Person etwas in Sachen Ernährung richtig, was du für dich nutzen kannst. Und für dich kommt aber fünfmal Krafttraining nicht in Frage, weil du drei Kinder zu Hause hast zwischen eins und zehn und deswegen gar nicht die Zeit oder die Möglichkeiten hast, ins Studio zu gehen, weil dein Mann auch nicht oft zu Hause ist. Und so muss man sich natürlich immer von bestimmten Personen kleine Dinge abschauen und die vielleicht für sich ummünzen. Und das ist eigentlich das Essentielle, was ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, dass du dich nicht mit Personen vergleichen kannst, die nicht die gleichen Probleme hatten wie du. oder zumindest du nicht auf diese Person hören solltest. Und das ist das, was ich dir in dieser Folge mitgeben möchte. Entweder hör auf Personen, die dein Problem schon gelöst haben oder hör auf Personen, die anderen Personen, die das gleiche Problem haben wie du, schon erfolgreich geholfen haben, dieses zu lösen. Das heißt, ich bin vielleicht keine Mutter mit zwei oder drei Kindern, aber ich bin eine Person, die schon sehr vielen Personen dabei geholfen hat und so gesehen auch darin Erfahrung sammeln konnte, was funktioniert und was funktioniert vielleicht weniger gut. Und nochmal in Bezug auf, warum funktioniert das eigentlich für Personen, dass sie jeden Schrott essen und trotzdem schlank sind. Warum funktioniert das für deinen Mann und für deine Partner, dass er alles essen kann, was er will und trotzdem schlank ist. Und das ist natürlich Veranlagung. Das heißt, wenn du in deiner Jugendzeit oder in deiner Kindzeit übergewichtig warst und das zwischen deinem zehnten und zwanzigsten Lebensjahr, dann programmiert sich dein Körper auch, ich meine, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen, aber das ist die Erfahrung irgendwann darauf. Das heißt, es entstehen natürlich Fettzellen und wenn Fettzellen einmal entstanden sind, können die sich zwar leeren, aber bis sie wirklich absterben, braucht es schon einiges. Das heißt, wenn Fettzellen wirklich über sieben Jahre hinweg komplett leer sind, dann kann es schon sein, dass die ein oder andere Fettzelle abstirbt. Aber sonst, alle Fettzellen, die in deiner Jugendzeit entstanden sind, bleiben da und Fettzellen, die vorhanden sind und leer sind, füllen sich viel eher als Fettzellen, die gar nicht existieren. Dein Körper lässt nicht einfach so, ich sag mal, neue Fettzellen entstehen. Das ist für den Körper viel größeren Aufwand, als bereits bestehende leere Fettzellen zu befüllen. Das heißt, wenn du schon mal 120 Kilo gewogen hast, dann hast du auch sehr viele leere Fettzellen und es wird für dich definitiv schwieriger sein, 80 oder, sag ich jetzt mal, 65 Kilo auf 1,75 zu halten, als für eine Person, die, ich sag mal, als Höchstgewicht vielleicht 80 Kilo hatte. Weil die Person, die 80 Kilo zu Höchstzeiten wog, hat deutlich weniger Fettzellen. Das ist nur ein Grund. Und das muss man eben beachten. Und wenn dein Partner immer schlank und rank war, dann hat der einmal den Vorteil, dass er keine leere Fettzellen hat und dass der Körper überhaupt erstmal neue Fettzellen entstehen lassen müsste. Und da tut der Körper sich eben nicht so schwer. Klar, wenn die Person über Wochen, Monate weg konstant im Kalorienüberschuss ist, dann baut der Körper natürlich auch Fett auf. Und die zweite Sache ist Veranlagung. Das heißt, deine Schilddrüsenwerte sind natürlich auch maßgeblich dafür verantwortlich, ob es dir schwerfällt abzunehmen oder ob es dir schwerfällt zuzunehmen oder ob es dir leichtfällt zuzunehmen. Und das hat einfach den Grund, dass, ich sag mal, wenn wir eine Person nehmen, die sehr hohe Schilddrüsenwerte hat und, ich sag mal, einer, ja schon in die Nähe der Überfunktion kommt, die Person natürlich von Natur aus einfach einen viel, viel höheren Kalorienverbrauch hat. Und eine Person, die sehr niedrige Schilddrüsenwerte von Natur aus hat, natürlich von Natur aus einen geringeren Verbrauch hat. Natürlich ist das keine Ausrede, um, ja, ich sag mal, nicht schlank zu sein. Jede Person, die normale Werte hat, kann schlank sein. Nur die eine Person muss eben darauf achten und die andere nicht. Und die eine Person hat viele leere Fettzellen, die andere nicht. Aber es bringt dir nichts, darum zu jammern und zu sagen, oh, ich hab so eine schlechte Veranlagung. Jede Person kann im Normalgewicht sein, außer sie ist wirklich krank. Sonst kann jede Person im Normalgewicht sein. Die eine muss eben nur mehr darauf schauen und die andere nicht. Und das musst du eben so hinnehmen, so akzeptieren und dann eben darauf achten, dass du dich aber auch an Personen orientierst, die die gleichen Voraussetzungen, wie du haben. Und dann eben auf diese Person schaust und die andere Person einfach so akzeptierst, wie sie sind. Okay, sie können alles essen, was sie wollen, sind trotzdem schlank. Gesund leben tun sie damit aber trotzdem nicht. Das heißt, der große Nachteil ist natürlich, wenn man alles essen kann und trotzdem schlank ist, dass man trotzdem sehr, sehr ungesund leben kann und gesundheitliche Probleme haben kann. Und du kannst dich eigentlich gesegnet sehen, weil du dich gesund gut ernähren musst, um eben auch aus der gewichtstechnischen Seite im guten Gewicht zu sein. Und dann hast du noch den Vorteil, dass du natürlich dich gut auch mit Mikronährstoffen abdeckst, dass du eine gute Ernährung hast und auch so gesund lebst. Klar ist Gewicht, Übergewicht oder Normalgewicht natürlich sehr, sehr ausschlaggebend für die Gesundheit einer Person. Das heißt, allein dadurch, dass du schon im Normalgewicht bist, lebst du schon deutlich, oder es ist der maßgebende Faktor, um zu entscheiden, ob eine Person gesund lebt oder nicht. Aber natürlich spielt es auch eine Rolle, ob du normalgewichtig bist und dich schlecht ernährst, rauchst und Alkohol trinkst oder ob du normalgewichtig bist und dabei eine gute, gehaltvolle Ernährung hast. Das einmal, bevor wir hier weiter abschreifen zu dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge.